Wir feiern heute oder in diesen Tagen ein Jubiläum, das uns alle betrifft. Sozusagen unseren Wiedergeburtstag oder Urknall. 20 Jahre Internet. Der virtuelle Raum sehnt sich weiter aus. Und Physiker sagen, wenn das Internet schneller expandiert als das Weltall, dann wird die Gravitation so stark, dass man nicht mehr herauskommt. Bis jetzt verschluckt es ja schon die Zeit. Ja, und was wären wir ohne die tollen Möglichkeiten, die sich uns online bieten? Ohne das Internet müssten alle zu mir nach Hause kommen, um das hier zu hören. Morgen geht's weiter.